Ich kann ja zu heule machen. Willst du mich eigentlich verarschen? Mach Wind! Mach Feuer! Mach Wind! Mach Feuer! Du musst jetzt burnen, das kriegt aber nur hier die. Was ist das? Wir haben sowas so. Ja. Das sind trotzdem so viele Schaden. Oh wie toll zugekommt. Ist gerade getroffen worden. Oh my god. Oh my god. Diese Reichweite. Oh my god. Oh my god. Ja. Toll er hat es. 57 Schaden. An einem. Höhe. Feuer. Feuer. 57 Schaden. Zoom. 40 Schaden. Das war effektiver. Das war effektiver, weil... Das hat nichts getroffen. Das hat keine Dienst verbraucht. Gegengift. Das ist mir egal. Da habe ich mal keinen mehr Platz. Wir haben alle gegen 12. Das ist ja toll. Dann... Dann... Was ist der Unterschied jetzt? Achso. Das mache ich eins aus, um das reinzufinden. Nee, das... Nein. Infecting ist einfach... Achso. Dann heul ich halt. Äh... Gut. Äh... Äh... Siehst du? Aus Level 6. In Level 6 mit Wind hast du. Das hast du in diesem Spiel gelernt. Du bist gerade auf dem 5-5-5-5-5. Ja, stimmt. Hast recht. Gut, 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 gut. Das hat... Das haben wir schon. Ja, und ihr weischt irgendwie sehr. Das ist in der... 6-12. Also graurig Wind. Und... In Level... Hier ist es beides. Das ist ja die Blitzscheiße auf... Ja... Ja... Und ja... Da sind die... Guck mal. Heitsche 24, Feuer 15, Wind 15. Was um alles in der Welt ist das für ein Skill? Was ist das denn für ein Skill? Ich hab' das jetzt alle gelernt im Haus und ich hab' das jetzt mal rausgehoben. So, klar. Ich hab' das noch krass. Guck'n wir uns nochmal einen V-Slash. So, stimmt. Der hatte... Na schon, ja, gut. Oh, Keulhaus noch mal eins. Respekt. Der hatte grad'n Axt. Ich hab' das gegeben, was... Hm. Ich hab'n Axt dafür. Stimmt. Weil das stark war. Hehehe. Ich hab' das nicht mal angekommen. Das ist Witz. Mhm. Ohne Witz, was musstest du machen? Im Ernst? Ja. Also muss ich dem jetzt noch mal ein Schwert ausrüsten und dann am besten eine Keule? Ja. Ja. Okay. Ach, stimmt. Die hat ja jetzt Bogen. Die brauchen wir noch Keul. Auch nichts anderes. Keule auf 7. Was ist was? Geht ihr eh weiter. Aber was ist denn diese Keule 7? Was macht das denn? Das ist ganz still. Wirklich? Ja. Nee! Nee! Ffff-fuck the psychic, I'm doing magic. Wt's magic? I don't believe in sorcery. Warte mal, bin ich jetzt hier oder bin ich wieder hier? Nein, 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 also ich bin... Warte, ah, da kommt was! Hier war doch... Ja, hier... Wir sind Monster, hier was? Da ist das Röpel! Sulphagraut! Bullshit! Dann mach ich einfach das Weiße raus, brauch ich doch hier für nichts! Ah, hab ich vergessen! Was? Achso! Wann ist die dran? Da ist ein Stuhl! Ja, mach ich ja auch! Ja, super! Aber wenn die jetzt irgendwie davor gewesen wäre, dann hätte ich natürlich alles richtig machen müssen, dass sie angesetzt sind. Ja! Boah! Warum haben die Halle mit Halle übersetzt? Ah! Haben die Zähler mit Konter übersetzt? Ne, andersrum! Hä? Macht jedes Spiel! Das macht überhaupt nicht jedes Spiel! Das ist das erste Spiel im... Das ist das erste Spiel, wenn ich sehe, wie das gemacht wird! Nein! Wir brauchen ein zweites Meerkraft! Ja gut, das stimmt! Wir brauchen trotzdem zweites Meerkraft! Ja gut, das stimmt! Wir brauchen trotzdem zweites Meerkraft! Guck mal, das ist ein Zähler gemacht! Ja! Ja! Ja, wir brauchen einfach von vornherein noch einen Laubartschiff, nicht! Jungen! Ja! Gummisaft! Ja! Oh, oh, oh! Das ist, wie das föl? Das ist fehl! Ja! Jungen! 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 Tun wir zub! Ja, siehst du denn? Ja! Und dann bin ich fast. Oh, bewegt mich wieder! Running fast? Das war der Technik... Oh nein, das war der Technik... Oh, 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 I'm... Almost... Ich kann mal einer von diesen tollen Kratos benutzen, ich hab aber nicht eingesetzt. Ich habe doch Wind benutzt. Ich benutze doch kein... Ich benutze doch kein Über-Mega... Ich treffe alles Windangriff, wenn da nur zwei Gegner sind. Doch! DOCH! Nee, jetzt kann's offen in diesem Gefühl, meine Fresse. Von den meisten Bossen zu schmeißen, was für eine Halbung? Ich bin Spaß an. Das ist direkt ein bisschen der Krabbel, die du spielst. Das ist voll lieb, was geht jetzt gar nicht? Ja... Jetzt tun wir immer das Großball gegen... ...ausrüsten. Aber guck mal, die Eisen... Oh, die Keule ist sogar schlechter! Guck mal, das macht nur 6.50 und die Eisenkeule... Sind wir jetzt hessig, oder? Die Eisenkeule! Jesus! Nee! Wir haben ja mal gewonnen! Ah, Jesses! Jesses, ja! Hessig! Er macht sogar mehr Angriff, aber weniger Akte. Wenig... Die Linie aus von Hessen, oder? Da kommt so ein Zähler bei raus. Ja, da kommt Zähler... Dings und Eisekeule! Gut, was zuerst? Stichwritz oder die Eisekeule? Eisekeule hast du auch eins. Aber Stichwritz ist schwächer! Deshalb würde ich sagen, woher ich das später in einem stärkeren Gebiet leifen muss, mach ich es jetzt! Und die, und die... Achtung! Zwölf-Jähr... Und die... 12-Jährige, die Rommodie Muschriszt... Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Und die, der Muschild. Ich kann mich erinnern, da habe ich schon mal ein bisschen zu weit gemacht. Das macht jetzt keinen Spaß mehr. Gut, wo ist denn jetzt der? Unten links. Gibt es auch einen Fluchtweg? Gibt es die Fluchtzeit in diesem Spiel? Nein, immer noch nicht mehr. Ich habe es. Das ist rotes Sulfa Kraut. Ich dachte, das wäre jetzt schon alles verwelkt. Warum gehen wir dann hier hoch? Klasse. Nun können wir dem Kind helfen. Sulfa Kraut genommen. Du hast keinen Platz mehr in deinen Taschen. Ah, das ist also ein Schlüssel-Ethem. Das verbraucht gar keinen Platz in meinen Taschen. Ist ja gut zu wissen. Ja. Fluchtwegen? Meinst du Fluchtzeilen? Ich meine sowas wie ein Cycle of Mana, dass wenn du am Ende bist und keinen Bock mehr hast, den Hell of a Way zurückzulaufen, dass du dann einfach ein Fluchtzeil benutzt und am Anfang des Bandons bist. Ich kann mich reinkießen, die letzten Ween, in dem ich gewesen war, wo der Oktopus war oder was das war. Oktopus? Ich habe keine Ahnung. Verdammt, Justin stirbt. Ich habe vergessen, zu ein. Oh, Wind blow away. Und dann mach ich Ra Ra. Ja, aber diesmal Ozu mit einer geringeren FPS. Nein, war nicht in Ordnung! Ja, ich hab die mal auf die Bosse angewendet, wenn ich gerade Waren gebraucht hab. Ich will nicht, dass die weg geht. Ich will nicht, dass die weg geht. Ich will nicht, dass die weg geht. Ich hab die weg zu Hause. Jaja, dann macht... Ich hab die weg zu Hause. Dann mach ich die nächste... Gott dammit! Dann mach ich die nächste Schlachenstock-Charakter, der kommt einfach zum Mage, oder der nächste Mage her kommt. Der nächste Magier kommt. Hm, das war uns dumm irgendwie. Was aber auch wenn du kommt. HIP 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 HURRAY! Du hast doch nicht zum Werker gepasst, sagt er! Das ist also so... Achso, stimmt, 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 du hast doch die nächsten Nacht ja wirklich mögen. Und wenn ich den möge, da ist er irgendwie Muskeln gepackt und verdammt und entwickler es waffen und sowas. Ja! Eigentlich doch. Und ja, später schon. Alp, brauche kein Gegengift, ich werde dich vergiftet! Du sagst, dass sowas schon weggeflägt ist. Gegenst! Gegenst! Der war wenigstens ein Punkt! Ich weiß, das hebe ich mir auf. Du hast zwei Mane an, ja warte von! Ich hab viele davon! Beef Journey, halt dich zu mir bei einem Freund! Alter, nein, das ist viel zu viel auf dem Level! Weiß ich, Verband... Ist auch zu viel! Und lebst daran keinen überhaupt nichts! Na doch kein Schlüssel-Item! Oh! Was hast du denn weggeschmissen? Hm... Gegengift? Weißt du, den Geister-Stein könnte ich mal wegschmeißen! Ne, brauchst du, das ist ein Starry-Licht! Ich brauche ihn nicht! Du kannst du kaum verwenden, denn sie haben einen AP-Bahn! Na, ich hatte irgendjemand anderes, was nützlich ist. Wie zum Beispiel so ein Kraut. Das reicht nämlich. Oh, Flash! Oh mein Gott! Ich hab schon einen Schlaganfall getrunken! Das ist ein Opel! Nein! Hm... Nein? Ich hab so viel Lebtränken! Mit Grasamen! Achso, stimmt, das... Permanent! Ah, das ist permanent! Stimmt, warum hast du den nicht benutzt? No! Die tut sich nicht gut, dass sie sich mit irgendein Rummeer entdeckt! Warum nicht? Da war die im Alpsbender! Und dann... Und dann... Und dann... Dann hatten die irgendwas grobe! Keine Ahnung, was gab das denn? So, und das Schälenmess! Gensingen? Boah, bei Sulphaheil! Oh mein Gott! Was? Bei Sulphaheil? Bei Sulphaheil? Guten... Da! Fünf, drei Stimmen! Boah, du... Krasschen! Das könnt' ich auch benutzen! Ich kann auch gehen! Ich hab auch ne Idee! Ich bin sowieso kurz vorm... Warum hast du jetzt das benutzt? Was benutzt? Die Kreuzer! Die sind sehr wege, Alter! Ich hab' ich... Damit ich sterbe, falls da noch ein Gegner kommt? Und äh... Damit ich... Naja... Was ist das? Äh... Achso, damit ich Platz in den Taschen mehr! Ja, ja, ja... Ja, ja, ja... Bla, 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 bla! Zu Finahs Haus! Am Arsch da weg! Von Monstern umgeben! Mit dem Zaun geschützt! Ja, ja... That's my childhood! Oh, das ist eine Sequenz. Und zwar Nonspeer. So, hallo. Das Fieber ist drunter. Eine Erleichterung. Erstmal. Ich weiß, was noch kommt. Da bin ich froh. Oh, ich war wirklich besorgt. Ich will es auch erleichtern. Ich will nicht wie früher. Soll ich das machen? Dennoch will ich es nicht gern, was für eine Kreatur das ist. So mit Schwanz und allem. Da denkt man, wo er zusammenbrach, so ist er vielleicht vom Nebelwald. Tan-tan-ta. In diesem Fall hat er vielleicht etwas mit Angelou zu tun. Auf nach Alex. Auf nach Alex. Was denkt ihr? Wetten? Das ist es. Deshalb hat er womöglich einen Schwanz und diese Hörner. Hey, hey Fina. Was für dieses Kerlchen. Zuletzt ein Ikaria hießt. Zuletzt. In the end. Beste Übersetzung ever. Ja. Ja. Alter. Red dich so laut, Justin. Du weckst hinauf. Oh, tut mir leid. Sind wir leid, Fina. Hab mich wohl ein bisschen aufgeregt, haha. Oh man, den das ist activated. Hab mich wohl ein bisschen aufgeregt. Emil, das war der Dradatask-Modus, der Dicke-Eier-Modus war das. Ich weiß nicht, ob er irgendetwas getrennt mit dem Angelot zu tun hat. Viele Fragen, wenn er aufwacht. Dieser beendete Satz. Seit er verletzt ist, wäre es wohl nur recht und billig. Schöne kleinen Finger heben, wenn wir sprechen und den Portwein genießen. Wenn wir ihn zu sich nach Hause brächten. Zustimmung! Was meint er mit Zustimmung? Agreed! Ich hoffe, wir finden da mehr heraus, wenn er zu sich kommt und redet. Man sollte zu diesen Übersetzern mal nach Hause fahren und den einfach nur in die Fresse rauchen, wenn sie die Tür aufmachen. You'll find some sleep. Na, du findest besser Schlaf. Wo ist er denn? Wo hast du ihn hingetan? Justin, ich werde Nachtwache halten. Fina, du solltest aber auch bald schlafen. Ich denke, das war ein ziemlich großer Tag und so. Ja, ich weiß. Zustimmung! Na dann, gute Nacht, Justin. Zustimmung! Zähler! Kombo-Zähler! Das is game. Ich warte, Justin mal kurz F9 wegen der Sync und so. Oh, 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 oh.